Hubert, hast du schon das Holz gehacken? Ja, Maria, das hab ich nicht gemacht. Ich hebe den Rest der Kohle ab von der Bank und lasse für fünf Tacken noch ein bisschen Sprit in den Tank. Gott sei Dank ist der Intersport gleich um die Ecke. 29,90, schlafe nach Hause und vielen Dank. Ich pack den Bestmarschläger aus mit freudigem Blick. Schaut zum TV, bevor ich ihn in die ewigen Jahrgründe schicke. LCD 32 Zoll infiltriere, Trommelwirbel, denn hier wird ein Exempel statuiert. Enthaupte diese Filmerkiste mit einem Schlag, dann sitze ich still, Wohlen, Dieter und der Madlock-Markt. Frommi, Dinner, Daily Soaps, alles komplett vorbei. Kündigungen an die GEZ, mein Kopf ist jetzt frei von diesem eckigen Kasten, der meine Seele zerstört. Mit diesen dreckigen Spaßen, die diese Sender kreieren. Glotze an, Hirn aus, funktionieren und scheuen. Scheiß auf euch, ich zieh im Wald und ich red mit den Bäumen. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Im Sand lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Im Sand lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an. Ich hittle die Dose von dem Rest meiner Kohle und las für fünf Tacken noch ein bisschen Sprit in den Tank. Gott sei Dank ist der neue Baumarkt gleich um die Ecke. 1995 ab nach Hause und fliehen da. Ich nehm den 10-Kilo-Vorschlaghammer mit beiden Händen. Schlag auf mein Scheiß-Handy ein, bis es den Kasten zerfetzt. Denke dabei, diese Kackindustrie, sie kann mich nicht blenden. Pseudo-Globalisierung, ihr macht mit mir kein Geschäft. Telekom oder Phone-Base, Flatrate-Gift. Überteuert und durchsichtig macht, dass ihr euch verpisst. Millionen eurer Kunden springen ab. Es ist nun Zeit, was zu ändern, denn eure Pläne versinken im Sand. Elektrosmogkopf, Schmerzkrebs, fördernder Dreck. Bis wir nicht mehr klar denken von diesem ständigen Flash. Handyauswand, Hunklingeln am laufenden Band. Scheiß auf euch, ich zieh im Wald und ich lebe am Rand. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Im Sand, lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an. Also um ehrlich zu sein, hatte ich keine Lust auf die dritte Strophe. Aber um ein abschließendes Wort in die Runde zu werfen, möchte ich folgendes sagen. Lohnsteuerausgleich, krass viel Kohle, Mediamarkt, PC-Abteilung, Chuck, die Bohne, Quad-Core, 4 Gigabyte, Hammergerät. Ich fahr heim, denk dabei, dass ich das noch erleb. Angekommen in meinem Wald, PC ausgepackt, aufgebaut, eingeschaltet, PC abgehakt. Fuck, scheiß Kiste hier, ich red mit den Bäumen. Scheiß auf euch, ich bleib im Wald und lebe in meinem Häuschen. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Im Sand, lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an. Diese Konsumgesellschaft macht uns krank. Macht uns krank, ich spiel mit Stöcken und Steinen wieder im Sand. Im Sand, lebe mein Leben, als leb ich auf dem Land. Im Land, ich tu nur Guts, Ländeschurz und Sandalen an.